wuhu joining so loadout ich will auch mal was anderes wie ein ordentlich man das mit dem marksman übrig es ist nur schütze und sunny da soll ich mal sagen wir gehen bei schweizer höhe rein schweizer höhe alles klar ich mach mal einen sunny mach das mal so wir wollen ja die fände und was wer hat hier geschossen ich hab ne luke na sag mal ach du bist das bist du wahnsinnig ich wollte nur meine luke ausprobieren so auf nach schweizer höhe wir müssen gegen alliierte verteidigen das gefühl je nach server laden die texturen anders jetzt sieht das viel besser aus nebenbei auch auf einem relativ guten server da sah das aus wie matsche wisst ihr was schönes der wald ist wieder da wuhu wald oh nein aber dieses mal müssen wir verteidigen weit hinter uns wir müssen jetzt erstmal grisjord verteidigen also wir treffen uns dann in den wäldern südlich von grisjord ja du kannst ja mal sagen ja ja im süden von grisjord erwarten mindestens 20 mann Prozent und erdacht die Uniformen sind schon geschickt das kann aus dem Lohr und so muss gut Lidius mal machen wir mal ein Shoutout an die anderen mal gucken was die so wollen um ein bisschen ich bin Ich möchte eine breit ausgefächerte Linienformation haben, bitte. Breit? 50 Meter Abstand. 10 Meter reichen. Wir werden jetzt erstmal dieses Haus hier vorne einnehmen, als Brückenkopf gegen die Alliierten, um zu gucken, ob hier welche sind. Sieht noch frei aus, ja. Ist so ruhig. Ich bin gar nicht von low populated Servern gewohnt. Scheune frei. Oh, ein weites Feld. Wunderbar. Das mag ich. Ich glaube, wir sollten mal lieber die Kirche direkt mit hier halten. Wobei wir könnten auch erstmal versuchen, das Umland zu reinigen. Ich meine, wir sind die SS. Da gehört völkische Reinigung zum guten Ton. Wir könnten ja die 315. Panzer-Grenadier-Division übernehmen. Als ihr die kennt. Ich hätte gerne die 502. Ja. Die 315. war bekannt für ihre menschengerechtsverletzenden Kriegsverbrechen. Ach. Okay, durch. So. Wieso steht hier denn funktionierender Jagdpanzer 4 und wird einfach so abandoned? Oh, ein Jagdpanzer 4. Lass mal mitfahren. Oh, hier liegt ein Verwundeter. Wieso? Nein, der Typ ist nicht verwundet. Der liegt dann unten runter. Oh, hier ist auch. Das macht ihm nur Spaß. Hier ist doch was Schönes noch aufgebaut. Ja, hier ist auch noch ein Pack. Kann ich dem jetzt Morphin verpassen, oder was? Ja, genau. Jetzt erstmal Morphin rein und dann... Ne. Oh. Ja, toll. Zack, da ist er wieder. Ne, der wurde gerade abgeknallt. Dahinten ist der Feind? Ja. Oh, lad mal die HE. Oh Gott, ich bin unter dem Schuss. Alles gut. Wir packen das mit der Pack. Ich glaube, da ist nicht der Feind. Okay, der Feind. Da hinten sind sie. Sie sind geradeaus durch. Vor der Pack? Ja, vor der Pack. Von Nordwesten oder sehr westen. Oh Gott. Warte mal, Feuer. Einmal nicht Feuer. Komm mal. Abandon the V. Ah. Ey, kannst du mal einen Marker machen? Come back, come back. Come back. Ich muss mich verbinden. Wurde getroffen. Oh, doch nicht vor die Pack, Junge. Der stellt sich hier vor die Pack. Oh. Panzer. Ihr Busch. Marker. Nein. Oh, ich hab's immer noch nicht. Oh Gott, die Pack ist weggeflogen. Was? Panzer am MG im Busch rechts von euch. Ich konnte das MG nicht so weit verlegen. Hab ihn. Im Busch. Oh, was ist denn hier los? Sterb doch nicht. Hab ihn, hab ihn. Kannst du noch mal sagen, ich wäre über den Marker... Oh, ich bin noch verwundert. Die Pack ist gerade irgendwie 15 Meter in die Luft geflogen. Nein, ist sie nicht. Bei mir schon. Die sind halt die guten Deezings, ne? Ich bin verwunden. Medic. Oh, halt. Moment. Das bin ja ich. Bei keinem Marker. Was denn für ein Marker? Oh mein Gott. Ja, sag mal, von wo die kommen. Wer denn? Moment. Ja, die anderen Deutschen. Ja, ich geb den Marker. Wir haben dort einen Panzer. Wir haben dort Infanterie. Okay, gut. Marker sind alle aufzutreten, Leute. Sie haben unsere mechanisierten Infanterie. Weil niemand sie sie verstanden hat. Ja, wir haben auch immer den Jagdpanzer da noch hingefahren. Das war auch nicht so. Also ich bin hier direkt neben einem Panzer. Wenn du einen Stuka-Run machen willst, dann bitte jetzt auf meine Position. Ist das ein deutscher Team-Leader hier, oder was? Ja. Was haben wir ja gar kein Platon-Kamander. Dann spaw nicht mal. Kommt ja kein Medic hier ran. We have a Cromwell and a Firefly advancing on my position. Markers are up to date. Ich komm, ich komm. Entschuldigung. ich stehe hier wieder auf dem feindlichen crumble und die checken das nicht stinkt rennt genau vor mir ja ja ich bin gerade der anti tank und der anti christ so wie es aussieht die wissen absolut nicht was abgeht ach du bist im gegner geil ja ich dachte ich spring mal auf die klasse wenn sie schon mal frei ist christ wird glaube ich gerade gut angegriffen da fällt gerade einer nach dem anderen ja ja und wie gesagt ich stehe hier einfach immer noch auf dem crumble und werde mitgenommen und naja ich warte mal darauf wann die mich entdecken firefly ach du meine güte firefly an der kirche also ich finde es auf jeden fall schon mal cool dass sie die collision so abgemix haben dass man nicht vom panzerrutscht wenn der losfährt er oder sind dass der wirklich ein festes objekt ist da sind sie wieder auf dem drauf oder was ja ja schuss vom firefly ich bleib bei mir achtung der crumble kommt zu euch hinlegen hinlegen denkt an leute einfach auf den crumble da seid ihr sicher ja ich bin da ich bin da bist du denn ich sehe dich werden ja hier ja 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 ich bin warte ja mit seinem scheiß mg hat mir den rücken gefeuert mann ich bin da ich bin da wo bist du denn ich sehe dich ja hier warte in den arsch warum ich kann jetzt du hast irgendwie fünf spritzen gebraucht warte ich sie wissen gar nicht was ihr erwartet ja ha 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 eindeutig zu viele panzer hier naja man wir haben zwei wir bräuchten eigentlich jetzt auch ein zweites ja wir bräuchten jetzt auch noch einen jagdpanzer der da in der valacheie steht wollen wir jetzt noch mal probieren mit der zweiten oh das ist schon ein zweiter armort oh man ja alter die denken echt ich wäre ein freund weil ich hier auf dem panzer drauf sitze oh scheiße sie haben mich entdeckt oh der firefly steht genau hier neben uns ne oh oh